Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu The Outer Worlds. So, wir sind hier wieder auf Skyland unterwegs. Zum einen für Felix. Sorry, weil wohl jemand seiner Kumpels hier eine Basis hat oder so. So, und weil wir irgendwelche Pheromone von den Trogels brauchen, damit wir auf eine Mantequane rauslocken können. Hoi, der Fliegt da. Hoi, der Fliegt da. Wo wollt ihr hin, ha? Wo wollt ihr hin, ha? Hoi, der Fliegt da. Boom! Hehe! Boom! Hehehehe! In your face! The crowd goes wild! Wow! Macht dieser Korrosionsschaden Splash Damage, oder warum? Haben wir da gleich bei einer einmal gekillt? So, das hätten wir. Oh, hab ich da richtig gesehen? Ist da eine Höhle? Da ist eine Höhle. Hm. Hallo? Schweres Maschinengewehr. Ist das Ding guuuut? Nein, das ist nicht gut. So. Ah. So schwer wir jetzt nichts an. So. 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 Wir haben hier noch was anderes zu tun. So. 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 Landerplatz. 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 Oh ja. Er hat sich um eine Revolution zu beginnen. Er sagte, er würde etwas groß machen. Der hat eine eigene Basis. Das war gar nicht da, wo wir waren. Okay. Banditen. Sind aber nicht feindlich. Also nicht gleich das Feuer öffnen. Ja, so könnte man es nennen. Wo denkst du, du gehst? Irgendwohin. Hey, eine schöne Form. Auch eine gute Entfernung. Du möchtest, Captain Harlow's Crew zu sein, oder? Okay, geht weiter. Bist du sicher, dass wir hier richtig sind, Felix? Oder dass du den treffen möchtest? Eine Crew und alles. Viele explosive Fässer und so. Hallo malo. Well, hey there, Hull-Head. Clawed your way out of the Groundbreaker at long last? Uh-huh. Oh, sorry. Were you expecting me to say something? Maybe a long time no see, or you've aged, old man. Hm. Hm. I thought you were dead. Or throwing yourself against the walls of some re-education center. That's been five years, Clyde. The best thing you can say is hey there, Hull-Head. No, Felix. The best thing I can say to you is yet to come. Also, I'd like to have a word with you, Captain. So, you took Felix under your wing. Kept him busy. Yeah. Kid always needed a place to belong. He kicks things what need kicking. And we look the other way when he starts talking anti-corporate. It's a good arrangement. Hear that, Clyde? I've been making something out of myself. So long as you haven't been making a fool of yourself. I'm sure Felix has no end of stories to tell of your exploits together. I look forward to catching up with the boy. I'm working on something. Something big. Something the likes of which Halcyon has never seen. And I want Felix to be a part of my initiative. I'm fulfilling a promise I made to the boy. That one day, he and I would change the colony together. That day has finally arrived. Easy there, Clyde. No one said nothing but throwing in with you. In case you didn't notice, I'm pretty happy where I am. I'm not asking you to walk away from your captain, Felix. But neither should you allow yourself to be controlled by fear. Change is not to be feared. I brought you here because I want to know where Felix's loyalties lie. When the day of our revolution comes, I want to know that I can rely on him. Hmm. I understand that Felix is part of your crew. At least for now. If the thought of losing him troubles you, then understand that you're helping him solve a problem for another friend. I want you to deal with a traitor for me. Name's Trask. Kill him. And bring me proof of his death. His ring should do nicely. Heh. We're not a band of common pirates, Captain. We are revolutionaries. I expect a certain degree of intestinal fortitude from my soldiers. Trask was a coward. He's been an informant. Has been for years. When he realized I was onto him, he and his little cod were mutinied. Killed five of my own and tucked tail. I don't know where he's hiding, but his wife might, Rosanna. Lives on the groundbreaker last I checked. Rosanna knows my crew by name and face, but you're a stranger to her. She'll talk to you. You think so? Maybe we should have a word with Trask. Get his side of the story first. You'd be wasting your breath bandying words with that traitor. But if it makes you feel better, my own is. Remember, I want proof. Bring me his ring. I don't care if the hand's still attached. Dear, my token. Think of this as my personal signature. Anyone who knows me by my works, will know me by this token. Ach, hier sind wir. Das ist dieser große Dingsbumster auf der anderen Seite drüben. Hoppla. Das halt meine ich nicht. Schön. Also zur Groundbreaker erstmal. Yes, tomorrow. Destination reached. A Groundbreaker. Can we chat? Please avoid damaging yourself or others while you're out. Yeah. I could probably spend years fixing this boat, stem to stern. I hope we can help Miss Minnie uncover what happened to her mother. I wouldn't wish the pain of not knowing on hardly anyone. Hmm. Not a word. And I've been sticking my nose in every one of our stately ladies' crannies. Stem to stern. Oh, law. That sounds untoward, won't it? That ain't, uh, that ain't what I meant. Point is, Captain, Mr. Hawthorne left all kinds of scribblings behind panels and under consoles, but ain't a lick of it mentioned Mr. Lucky. Hmm. So whatever they got up to in the past must have been really extra secret. And lots of fun. It sure is lonely out here on the edge of the colony. Anything could happen. And ain't no one gonna come to help us. I think I'll miss you. So, then... Rosanna. Is typing. No, it's not. Can't act. You know... There's a little соверш. There's not... No, it's not. I'm sorry. It's not. I'm sorry, I'm sorry. It's not. You know, I'm sorry, I'm sorry. Hallo! Ich weiß nicht, wo er ist. Und wenn ich so, würde ich nicht erzählen. Hm. Du sagst mir, dass du mit der ersten Namen mit Mrs. Tennyson bist? Ja, die Promenade fühlt sich nicht so, wie ich auf die Tartarische Ebene bin. Also warst du, was du? Rufus ist in der Emerald Veil. Ich habe ein paar Freunde mit ihm. Das ist so, wie ich weiß. Bitte, mach es einfach. Das ist richtig. Unsere Verkontakt hat ein paar Monate später. Und wie er, wie er technisch ist, ist er auch ein Verkauf. Ich würde mich nicht wiederholen, wenn ich wollte. Okay. Nur, dass Rufus ist in ein schlechtes Weg. Er hat mich ein bisschen nachher gesehen. Er hat gesagt, dass er in den Hidern muss. Ich habe nie gefragt, warum. Er war hier, um seine Persönlichkeiten zu holen. Er hat mich über Harlow zu erzählen. Und zu sagen, dass ich in diesem Ordnung sage. Hm... Das stimmt. Ich glaube, dass ich nicht entschuldigt war. Das stimmt. Er und Rufus zusätzlich arbeiten uns 치� vor ein paar Jahren zurück zu에는, bevor wir geblieben. Beideszlicke Jahre später, Rufus bekommt ein Informationen von einem alten Freund. Was für eine Revoluzion. Was für eine Revoluzion. Was für eine Revoluzion. Die Revoluzion war die Arbeit und schlief das sehr gut. Er muss sich auf den Revoluzion. Er hat seine Revoluzionärer gesammelt. Ein Wort an, Kind? Jeder, der sich über eine Revoluzion hat, will dir etwas zu kaufen. Ich weiß nicht, Harlow. Nicht so viel wie eine Revoluzionärer mit einem Freund. Du bist besser auf das Gespräch mit Rufus. Ich mag es. Keine Entschuldigung, Frau. Es war nur ein langer Tag. Die Terra-2 ist schon weit weg von Skylar. Wir sind wieder in Edgewater. Wir sind wieder in Edgewater. Gut, dass wir vorher... Ein paar Warten nicht dabei hatten. Ich hoffe, dass wir uns extra Kraft bekommen. Ich fühle mich, dass ich mich... vielleicht ganz gute Chancen... Hallo. Ich weiß nicht, was du getan hast, um ein paar Cent zu ZOE zu sprechen. Aber ich erinnere mich. Gern geschehen. Gern geschehen. Banditen. Gern geschehen. Boah.... Boah... Jo. Banditen haben uns hier heutzutage schwer. Zumindest gegen uns. Ah! Da ... Da sind wir noch nie hoch gegangen. Da waren ja auch diese Droglos. schon klar Tom Also wie ist es, wie ist es geschafft sich hier zu vergriechen, auch Banditen natürlich. Ah das ist so ein Schiff was wir bei Harlow gesehen haben. Hey wie wäre es wenn sie eher in Richtung Zivilisationen geht, da auf der anderen Seite. Hi. Nicht ganz. Gott hat ihn. Okay. Okay. Harlow hat mich tot, und ich habe keine Intention von sterben. Wie weiß ich, dass ich dich vertraue? Ja. Ja. Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Ich weiß nicht, was Arlo ist, aber du bist ein fool zu glauben. Ich weiß nicht, was Arlo ist. Ich weiß nicht, was Arlo ist. Aber du bist ein Mensch, wenn sie ihn vertraut. Arlo hat alle uns vertraut. Der Bord hat ihn in ihrem Schiff. Hat ihn für Jahre. Ich weiß nicht, was Arlo ist. Das ist ein Schiff. Du bist ein Schiff. Du bist ein Schiff, Trask. Nicht nur ein Turncoat, aber ein Schiff. Du bist ein Schiff. Ich habe nichts zu tun. Das ist die Wahrheit. Arlo ist nur ein Bord-Asset. Ein Schiff. Ein Schiff zu tun ist eine Karte. Das ist ein Schiff. Du bist ein Schiff. Ein Schiff. Weil er zu Klassen ist. Mögliche das Bord kann, es Bord es bekommt. Und das ist Lä gelmiş. Arlo war ein Charismatisch. Und er war nicht wert. Mit Harlow in ihrem Büchern, der Board hatte ein Informant, ein Pirat, ein Smuggler und ein Gangleiter all rolled up into eine odieuse excuse für ein Human-Being. Sounds like a deal to me. Ja, ich habe Beweis. Es gibt immer einen Papier-Train, wenn der Board involviert ist. Ich habe ein paar Korresponden zwischen Harlow und dem Employer. Ich weiß nicht, dass es eine Unterschiede macht. Was habe ich mit dem Beweis? Bring it in front of the Board? There's no authority in Halcyon willing to take Harlow to task. Huh. You ain't like other Board agents I heard about. You got a functioning spine. You want to confront Harlow yourself? Be my guest. Ich habe meine Papers, bevor Harlow chased mich aus. Back in the middle of the base, there's an old vent in a Utility Corridor. I stashed my evidence in that vent. Huh. Board sanctioned Piracy. Harlow went after the ships the Board wanted destroyed. Capturing anybody the Board wanted captured. If we captured you, we'd ransome you. Harlow liked to do the job himself. Gather up the captives on his own ship. Vanished for a couple of days. Only that's now what happened. Harlow's been selling his captives off to the board. I don't know where they ended up. The education, Tartarus, maybe worse. Gut, ich glaube, wir brauchen unseren Ring doch nicht. I think you've made up your mind. Can you tell Harlow I'm dead? May as well. You're never going back to that life again. Here, take the ring. And for what it's worth, my gratitude. Ich will den Ring eigentlich gar nicht. Das soll er eigentlich behalten. Man sollte lieber schauen, dass er zurück zur Sonne, dass er der Frau vielleicht noch mitholt. Sofern er das überhaupt will oder sie das wollen, aber ich glaube, wir werden Harlow die Hölle heiß machen. Warum sollten wir hier hin? Gut, der Part ist aber auch zu Ende. Warten wir schauen jetzt nochmal, was hier sein sollte. Gar nichts. Gut, Freunde, das war's aber wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage, bis zum nächsten Mal. Ciao.